So, ich möchte das mal zeigen. Am 2. August 2014 sind wir vertreten, das heißt Musik-Entertainment-Team Melanie May. In 38. Otterndorfer Altstadtfest sind wir dabei, wie gesagt, Melanie May vom Musik-Entertainment-Team und Justin Winter, Martin Kastel, Ice Angel, Armin K. und, 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 und. Was ist jetzt denn? Und? Ich bin auch dabei! Genau, das steht auch hier, glaube ich, du. Mensch, Olga, wo? Jo, da, ne? Ja, sag ja. Hm? Ja, hm. Ja, doch, Olga ist auch mit dabei auf dem Stadtfest, auf dem 38. Altstadtfest in Otterndorf. Was machst du eigentlich hier? Ach, Melanie, das muss ich dir vertellen. Eigentlich soll ja der Hinnock ja mitkommen. Aber der Johann, der hat Hinnock einen mit dem Bratpfann auf den Kopf hauen. Lotte, 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 komm mal her, wie ist mal die Pann? Lotte ist mord. Das ist der Pann. Da hat Johann, der Hinnock, aber nicht mir hauen. Ein bei Hinnock, ob er nähe es haut, so richtig auf den Kopf, nähe es, Kopf boing. Nee, wenn ihr wollt, wir habt ein Video, der ist entstanden, ich sag es mal auf Hochdeutsch, bei der 875-Jahr-Feier in Seldstedt. Regie, Herr Kapellmeister, würdet wir das mal inspielen? Jo. Jo, Olga. Jo, Lotte war das? Oder Lotte? Jo, Lotte. Mensch, Lotte, du, ich seh dich heute das erste Mal. Jo, ich bin hier oben zum ersten Mal da, ne? Genau. Kennst du mich nicht? Nee. Hast du mich noch nie gesehen? Nee. Shit. Ja, aber jetzt, ne? Jetzt ist alles gut. So, Olga von Doki Dork aus Seldstedt dürfen wir jetzt bewundern hier. Für Sie und für uns. Oh, kiek, wo, Olga? Wo ist Hinnock? Wo? Da, Doki Dork. An einem Krupp, Krupp, Papier, da. Das giftet ja wohl nicht. Jo, den Foto. Hinnock. Mit Doki Dork. Und Doki Dork. Kiek, die dat mal an. Jo. Kann die davon von sich? Nee. Nee. Oh, weht die dat überhaupt, dat die hier an de Wand packt? Bis wann? Rupp den mal an. Jo, ek heff Telefon. Ab David Shade weg? Nee. Meinst dat? Ja. Oh, der wurde bei dir gestohlen. Kennst du den? Nee. Was ist da denn für ein Schild? Was steht da drauf? Sturmflut? Samstag, 12. Juli. Kommt der durch? Wirklich, was ist denn das? Gib mal durch, Sturmflut. Ah, der kommt. Oh, ne Band kommt auch. Oh, da kommt jemand dann zu. Oh, da kommt jemand dann zu. Hier sind zwei Höhner. Oh, sind dich niedlich. Hätte das aber fein schmückt hier, was? Du schliebst den, ist doch auch. Olga, was machst du denn? Oh, ich bin so abgeregt. Oh, seh dich wohin doch. Wir sind wohl so ein Schnur, bist du? Dschungel. Du bist doch auch ein fein Kerl. Magst du das erst? Das sag ich alte Locken. Kennen ist das denn? Das ist doch Adolf. Das ist auch ein schmucken Kerl. Jo, magst du auch die manche Lütenarten hier? Ich bin Olga. Olga, die Wilde. Besuch. Besuch. Selts min old Geburtstagind. Wer ist man verknölt? Ja, ich bin verknölt. Ach, wie das sind. Hol die, fruchtig. Hol die wacker. Wünscht die die Lüten von Bieleacker. Was? Hey, na. Hey, na. Zum, zum schloppen jetzt. Wer hat die anrufen? Oh, wer hat die anrufen? Was ist denn los? Oh, nee, 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 nee. Oh, die schloppen, du fein wär. Oh, nee, 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 nee Olga! Olga! Wo ist sie? Wo ist sie? Du kannst gar nicht gehen. Ja, du bist in dieser Atmung gekommen. Ja, ich hab immer träumt. Ja, ich hab immer träumt. Nein, nein, nein. Was ist denn los? Ja, ich will über meine Wiesen, du. Du weißt, bis auf so ein Backenband, du. Du, so riesen Ding, du, steigst du ab? Was? Ja, ich kann nicht wissen, dass du nicht. Sagt, wir wollen dich nur hin, du. Ich würd mal irgendwas kicken, ne? Ja. Nur mal im Umblick. Umblick, ne? Du, kick dich das wohl an, weil du auch am Morgen fährst. Was ist das? Oder was? Oh, nee. Was ist das denn? Ja, kick ja wohl an. Kick wohl so gut ab. So eine große Fotografie. Hätt die doch mal. Kick wohl, Docky Dock. Das bist du. Ja. So einen groen Hinnock hätte ich noch nie gesehen. Nee. Da hätte sie gut gemacht. Ja. Da hätte sie gut drauf. Docky Dock, kick wohl, ne? Er kennst du mit der Waller? Das bist du. Kick doch mal. Ja. Das bist du. Ja. Das war doch gut, oder ne? Ja. Ja, das war gut. Ist das warm, wa? Mann, das sag ich dir, du. Ich hab mich ein bisschen verändert. Nur ein bisschen. Was ist das denn? Wie war's das denn? Ey, Mann, du musst mich doch nicht verraten. Ne. Das ist Betrug. Entweder so Natur. Betrug machen wir nicht, Melanie. Dankeschön. Dein Busen, der ist so schön, wenn der so ist wie jetzt. Oh. Oh. So. Jetzt ist aber gut, ne? Ich will mich hier nicht outen. Was? Hast du was? Auf die Augen jetzt ab. Okay. Dankeschön, Olga. So. Tschüss. Nimm das mal damit hin. Dankeschön. So, Olga von Doki Doki aus Selt steht hier bei uns zu Gast.